So, Seifenkissenrennen der Feuerwehr in Wendehausen am 13. Juni 2008. 14. Juni. Ach so je. So, jetzt gucken wir uns mal die Seifenkiste an. Ist das eine Seifenkiste? So, die Seifenkiste der Freiwilligen Feuerwehr Faulung. Noch geheim, Zugmaschine, die Faulung auf Henz, der kleine Gastmann. Hier brenzt nicht. Kamera, kein Bremslicht brennt. So, mach ich mal ein Auto ein. Du kannst heute gewinnen. Ja, hast du noch mal jetzt was übrig? Die Spannung steigt. Ist das der Fahrer? Ich denke mal, da werden wir ordentlich Speed draufkriegen, wenn der sich reinsetzt. Aber mit dem Bremsen wird es dann enger. Ja, 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 ja. Der ist sogar schwanger. Ho, 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 ho. Die Seifenkiste der Jugendfeuerwehr Faulung. Herzlich willkommen, herein, spaziert die Luft, alles was die Landwirte und trainiert. Hast du noch genug mit, oder nicht? So, wir hatten doch so ein Ding. Hier hinten drauf. Das war Nummer zwei. Wo ist Nummer drei? Da oben steht auch noch einer. Michel, bis jetzt hast du es gut gemacht. So, hier die Boxen, Ludo. Nee, Papa, du kannst nicht das jetzt bringen. Wie ist seine Taktik? Gas geben, nicht Bremsen. Das ist gut. Brems verliert. Lieber tot als Bronze. Wer fährt denn die Seifenkiste? Wer fährt denn die Seifenkiste? Das ist gut. Ja. Was? Wie ist denn das? Oh mein Gott. Das ist doch cool. Oh mein Gott wohl. Die zweite Piste gestartet, Team 2, Fahrer 1 ist unterwegs. Wie bist du dann vom Spruch? Ich kam nach vorne, weil ich geflogen halte. Ich muss nicht mehr das nächste Ding kaputt ist. Ist dir irgendwas am Licht passiert? Oder am rechten? Jetzt kannst du arbeiten. Die können wir anzeigen! Wegen monatlicher und monatlicher Bestätigung! Monatlicher Anstrengung! Zum Jahrbeschwester! Zum Jahrbeschwester! Wenn der Fahrer kann helfen, dann wäre er voll vorsichtig. Ja. Ticko, bleib dich! Er schlug, wenn er will! Das ist eigentlich im Kauflicht! So eine schöne Arbeit! So eine schöne Sache! Ich weiß nicht, was passiert! Du musst abzwecken proben! Nehm dich! Alles noch eins! Und hier hinten der Pecker ist abgemacht! Das ist alles so neutrale! Das bist du für eine Zeit gefahren, das wäre gesagt! Das war Probelauf! Das war nur Probelauf! Nein, mit der, mit der Kante hier bist du froh als, ähm, für mein Fahrrad so, äh, Spröding langfahren! und dann, wie ganz schwöre bei Hintern in seinem Trenshaus, das war auch mit der Kino-Tten blandt und den Ropsicht, man sieht es immer aufinhalt! Ja! вот jetzt, dass du mit der Bar gracias in dem Hohrfahrt, OAKT! Hah-ho-ho. Wie war richtig schnell? Hah-ho-ho-ho-hoho